Nein! Wieso war der jetzt schnuller? Der war hinter mir. Der war hinter mir, Alter! Bitte! Nein, nicht jetzt ein Teamspiel, nicht jetzt! Nicht jetzt ein Teamspiel, bitte! Komm schon! Der Göwe cheatet. Ja, Göwe ist ein Cheater. Das heißt, die Chance, die Runde keine gewinnen geben, werden wir melden. Weil der hat zu viel Glück gehabt, den melde ich. Ah, jetzt ist es wieder einmal soweit. Wieder haben sie uns gespielt. Alle Belohnungen wieder weg. Leute, das hat heute keinen Zweck. Also Fall Guys ist heute einmal gestorben für mich. So gesagt, keine Runde, und dann ist es finitter. Da werden dann einfach nur die anderen Mitspieler gefährlich. Sonst gar nichts. Wenn da einer einen falschen Sprung macht, bist du am Arsch. Weil der reißt dich mit. So wie jetzt. Ja. Keine Chance mehr. Ich habe nicht mehr springen können, wenn mich der runtergerissen hat. Der Fullwabler, der Inkompetente. Ach, f***, bitte. Ach, f***, bitte. Ich möchte mir sowas flieg sein. Du keinisheschatz angeht. Handt ich. Ich sehe mich Lebens. Ach, f*** ich sehe.